hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil unserer darkside skypting serie diesmal skypte ich im speedart verfahren weil das ganze skypting doch rund vier stunden gedauert hat das wollte ich euch nicht ganz antun dass ihr das mitverfolgen müsst in echtzeit und ja wir fangen an mit den händen zu den händen habe ich schon mal ein eigenes video gemacht damals mit metaballs und diesmal mit dem ausblocken ja mit den metaballs hat mir das ein bisschen besser gefallen dieses ausblocken hier da muss ich doch schon sehr stark kämpfen und da eine anständige hand oder halbwegs anständige handform hinzubekommen ja vielleicht beim nächsten mal arbeiten wir da wieder mit den metaballs ja für die arme habe ich mich hauptsächlich auf die großen muskeln konzentriert das deltoid bizeps trizeps und den brachialis und habe die hauptsächlich geskyptet ja und auf diese kleine muskeln habe ich bisher verzichtet zum teil weil auch die armschienen drüber liegen und das hat auch so ganz ganz gut gepasst dann zum schluss zeige ich euch noch ein paar animationen von dem fertigen modell ich finde es ganz okay geworden jetzt nicht so hoch detailliert aber für so eine zweiteilige serie dann ist schon ganz ordentlich ja falls ihr noch fragen habt zu dem shader der haut zum beispiel oder zu dem shader der rüstung da kann ich auch mal ein eigenes video zu machen ihr könnt ihr einfach in den fragen dann in die kommentare reinschreiben ja dann wünsche ich euch jetzt noch viel spaß beim speed sculpting so und so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020